Leipzig, Lehre, Leidenschaft, das sind unsere drei wichtigen Schlagwörter für unseren nächsten Tag der Lehre, den vierten Tag der Lehre am 7. November diesen Jahres. Ab 10 Uhr geht's los. Und zwar mit einem Programm, welches Sie ausgewählt haben. Wir haben Sie befragt, Sie haben uns Rückäußerungen gegeben, worüber Sie an diesem Tag der Lehre sprechen wollten. Und da stand Digitalisierung, Diversität ganz oben. Und deshalb haben wir das auch ins Programm aufgenommen und in entsprechende Formate gepackt. Sie haben den klassischen Vortrag, wir haben eine Podiumsdiskussion, wir haben digitale Inseln dabei, wir haben Workshops, wir haben Austausch zwischen Studierenden und Lehrenden, wir haben eine Poster-Session, Poster, die Sie gestaltet haben. Also es ist eine Vielfalt, die auf Sie zukommt und die das Thema Digitalisierung in den Mittelpunkt stellt. Warum? Weil uns das alle bewegt und wir wollen da Wege finden, wie wir da kreative Lösungen für die Lehre finden, wie wir sie noch innovativer machen, wie Lehre sozusagen mit Leidenschaft auch entsprechend angenähert werden kann. Und was auch ganz toll ist, und das ist das erste Mal, und das hoffe ich, werden wir in den nächsten Jahren noch viel besser machen, wir beziehen alle Leipziger Hochschulen mit ein, die sind herzlich hier mit eingeladen und die haben auch schon das eine oder andere Poster eingereicht, die machen den einen oder anderen Workshop mit. Also es wird eine richtig klasse Leipziger Veranstaltung. Seien Sie also herzlich willkommen nochmal, Leipziger Tag der Lehre, Lehre, Leipzig, Leidenschaft, Hashtag, digital.de.